Einen wunderschönen guten Tag, liebe Meerwassergemeinde. Willkommen hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Markus ist wieder bei mir. Heute geht es um den KH Keeper Plus der Firma Reef Factory. Lange haben wir drauf gewartet. Was das Teil alles kann, wie es sich anhört und wie es läuft, erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Ja, liebe Leute. Willkommen zurück hier bei der Produktvorstellung. Reef Factory hat lange daran gearbeitet. Es hat lange gedauert, bis sie endlich die überarbeitete Version des KH Keepers rausgebracht haben. Aber nun ist er da und ihr seht, es ist ein Riesenpaket. Nur mal so zum Vergleich. Das ist die Verpackung des KH Keeper Mini. Also es ist tatsächlich ein Unterschied. Auch schon in der Verpackung. Und wir schauen jetzt gleich mal direkt rein, was alles geliefert wird, was er kann. Genau. Und ja, wir sehen hier schon auf der Vorderseite steht drauf Free Reagenz 150 ml. Das heißt, ihr braucht erstmal für die erste Betriebnahme nichts an Reagenz zu kaufen. Die Mischung war, glaube ich, 1 zu 9. 1 zu 9, richtig. Also ca. 1,5 Liter bekomme ich dann raus bei der Reagenz zum Kalibrieren. Genau. Also 1350 ml noch an Osmosewasser dazu. Dann habt ihr die Reagenz. Also 1,5 Liter. Damit kommt er erstmal eine gewisse Zeit lang hin. 1 zu 900 kann jeder ausrichten. Ja, genau. Kann man den Leuten zumuten, vermutlich. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein Umkarton hier drum. Ja, wird schick aus. Und ich habe es ja schon offen gehabt. Wir haben ja im Live das Ganze gehabt. Hier auf der Kopfseite steht übrigens auch die Seriennummer, die wir gleich brauchen werden zum Installieren. Ich habe es nochmal zugeklebt, bis es nicht ganz auseinander geht. Und wir haben hier sehr viel Schaumstoff drin. Also das Gerät ist extrem gut verpackt. Ja, das finde ich aber auch wichtig bei so einem Teil. Ja, richtig. Das haben Sie so ein kleines bisschen bei dem Mini. Ja, haben Sie da ein bisschen... Da hatten Sie hier und da ja Transportschäden. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Ja, perfekt. Sieht aber wirklich gut aus. Die üblichen Quick Guides haben wir hier drin. Und so schaut es aus. Fangen wir mal von unten nach oben an. Wir haben jetzt einmal hier Ersatzröhrchen drin, die schon ein wenig anders aussehen, als wie die, die wir kennen. Die werden... Kommen wir gleich auch zu. Die werden nicht mehr eingeklickt, sondern laufen anders. Dann haben wir hier einmal den Rührfisch und den Reset-Magneten. Das ist auch wichtig. Also nicht verlieren. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir das Netzteil. Mit den üblichen Steckern hier drin, für alle möglichen EU-Staaten. Kommen wir dann gleich drauf zu. So, dann geht es weiter. Reagenz? Fertige Reagenz pH 4, fertige Reagenz pH 7. Das heißt, wir brauchen nichts mehr anmischen. Und wenn wir sauber damit arbeiten, beim Kalibrieren mit der Elektrode, können wir die auch relativ lange nutzen. Ja, funktioniert das? Man muss sie nicht wegkippen. Ne? Oh, das ist gut. Wenn man, ich sage mal, aus der einen Flüssigkeit rausholt, die Elektrode sauber macht, trocken macht und dann in die nächste Flüssigkeit reinpackt, braucht man nicht hingehen und die Reagenz wegkippen. Ja, in der Regel wird es ja gesagt. Ja, sollte man. Ein Chemiker oder ein Messtechniker, der kriegt natürlich das Grauen dabei, wenn er das hört. Aber ich denke mal, für uns reicht das auch. Ich habe es mit meinen normalen pH-Metern, die ich ja von anderen Herstellern habe, auch schon gemacht. Und fertige Reagenz anschließend verglichen, es ist eigentlich kein Unterschied. Wenn man sauber arbeitet, das ist Grundvoraussetzung. Ja gut, das ist ja immer die Voraussetzung. Dann haben wir das übliche Schlauchpaket hier drin. Mit dem Filter, ne? Einmal Filter, einmal für das Aquarienwasser, ne, für das Aquarienwasser, für das Abwasser und für die Reagenz. Genau. Da drunter, genau, da ist sie. Die Reagenz. Das ist das Reagenzkonzentrat. Und was jetzt neu ist, wir haben eine Feinwaage hier drin. Also, es wird nicht mehr über die Messröhrchen gearbeitet, wie beim KH-Keeper Mini. Ja, das ist ja auch genau, bist du mal ein bisschen unter den Strich, ein bisschen auf den Strich, ein bisschen drüber über den Strich. Das ist ja niemal. Das ist immer so eine Sache des Ablesens, gucke ich drunter, gucke ich drüber, die Parallaxe halt, ne? Genau, richtig. Und da kannst du es einfach ablösen, digital, fertig, aus. Hier haben wir eine entsprechende Feinwaage, das ist schon mal sehr gut. Das finde ich gut, dass wir da kommen. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen, weswegen wir eigentlich hier sind. Korrekt. Zum etwas kompakten, großen KH-Keeper Plus. Das ist das gute Stück. Das packen wir mal runter. Ja. Und er ist tatsächlich ein wenig größer. Und ich würde mal sagen, ich gehe gerade eben mal meinen kleinen holen, dann können wir die mal in der Größe nebeneinander stellen. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ist gleich. Ja, habe ich ihn mal eben ausgebaut und habe auch direkt ihn fast kaputt gemacht, aber andere Sache. Ich habe den auf der Rückseite mit Klettband befestigt und das ist so stark gewesen, dass mir hinten die Platte ausgerissen ist. Aber kann man anders mal zu. Kann man anders mal zu. Ist jetzt bei dem neuen natürlich nicht mehr nötig, weil er ist definitiv leiser, aber ihr seht auch schon den Größenunterschied. Also Mini, KH-Keeper Plus. Eindeutig. Und ich denke mal, ist auch vom Platz her zum Arbeiten her mit der Sonde, wenn du mit dem Gläsen raus bist, ist die Fummelei, die hast du nicht mehr so. Definitiv. Weil du ein bisschen mehr Platz einfach hast. Da war doch alles sehr spack aufeinander. Sehr, sehr kompakt, sage ich jetzt mal einfach so. Machen wir mal den Vergleich. Genau, ich mache den auch mal hier ab. Ja, es geht etwas schwerer bei dem. Du musst schon, genau. So, weg. Bitteschön. So, hier unten ist die Gläse noch eingepackt. Das hatte ich das letzte Mal noch. Das war gut so. So, und ihr seht auch schon die Größenunterschiede, die wir jetzt hier halt haben. Anstatt der Abwasserpumpe hier, haben wir dann noch eine große zusätzliche Pumpe dazu gekriegt. Die Größe ist aber auch geschuldet jetzt, weil wir eine ganz andere Sonde drin haben. Die Sonde ist einfach von der Qualität her und von der Größe her, das ist das Doppelte fast, kann man bald sagen. Und dann muss ja irgendwo, muss das Teil ja verbaut werden, also dadurch, aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das ist alles nicht mehr so, da war es ein bisschen fummeliger, hier habe ich es ein bisschen übersichtlicher, einfacher, dann zwar etwas breiter, ein bisschen mehr Platzbedarf, aber unterm Strich finde ich das von der Handhabung doch tausendmal besser, oder? Definitiv. Ja. Das Problem, was wir ja hier hatten, war ja auch, wenn man das Glas rausnehmen wollte, dass man hier die, ich sag mal, die Röhrchen nach vorne ziehen musste, und da könnte es schon mal bei einer falschen Handhabung, ah, ich sehe ja selber, wie du dich abmüden musst, ne? Damit ich das Glas rausnehmen kann, das ist jetzt bei dem Gerät da drüben anders geregelt, besser geregelt. Also hier sehen wir einmal sowieso schon, die Elektrode, die ist auch feucht geliefert, ne, packst du mal auf Seite. Und hier gehen wir jetzt hin und ziehen einfach nur die Röhrchen nach oben raus. Ja, und das ist praktisch gelöst. So, das gleiche Spiel hier, nach oben rausziehen, das gleiche Spiel, und schon kommen wir ohne Probleme ans Glas dran, können uns reinnehmen, oder was auch immer. Wir haben jetzt hier unten auch eine saubere Aufnahme drin. Genau, dass das Glas nicht verrutschen kann, das Gläschen. Genau, dass das Glas dahin gehört, also da stehen bleibt, wo es sein soll. Genau, und es ist eine Vertiefung drin. Und ihr seht selber, es geht eigentlich alles, wenn ich jetzt mal die rechte Reihenfolge einhalten würde, ja, der kommt hier rein. Dann mach doch den erst mal rein. Gib mir den anderen. Ich gebe den, lass den Finger weg. Ja, wir streiten uns jetzt, wer das als erster machen darf. Genau, wer darf. Wir sind da so richtig schnell. So, einfach reinstecken. Das gleiche Spiel hier. Das auch. Die Sonde wieder. Leicht kippen. Leicht kippen. Einsetzen. Fertig. Und schon haben wir im Prinzip das Gerät wieder einsatzbereit. Ist das schlimm, dass der hier an und Seite dran kommt? Das Röhrchen und der Sonne bändert unten raus? Ne, ne, das muss ja direkt unten aufliegen. Ich dachte auch, wenn der an der Sonne rankommt. Ne, das passiert nicht. Da passiert nichts, alles gut. Ja, Anschlüsse haben wir wieder hier auf der Seite. Das gleiche Spiel. Von unten nach oben. Beschriftet auf der Hülle hier außen. Der Strom, Reset, ist jetzt auf der Seite. War ja bei dem Gerät hier auf der gegenüberliegenden Seite. Aber ansonsten haben wir die von der Größe her und von der Installation her ist es erstmal das gleiche. Ja, ist identisch. Und sieht auch gut aus. Also ich finde es wieder sauber verarbeitet. Sichtmäßig ist es nicht ein Riesenunterschied. Eigentlich ist es nur die größere Sonde. Ein bisschen mehr Material. Ein bisschen mehr Kunststoff ist dran, weil er durch die Sonne, ne? Genau. Aber sieht schick aus. Definitiv. Und Zubehör finde ich auch genial, dass der jetzt da Reef Factory dran gedacht hat. Vor allem mit der Feinwaage. Also ich meine, da sind ein paar Euros. Richtig. Und das ist sehr viel genauer. Sehr viel genauer. Man kann richtig vernünftig arbeiten. Wenn ich sonst alles sehe, ist ja alles so geblieben. Und was auch nicht neu ist, ist ja die pH-Lösung, hast du gesagt. Genau. Die ist jetzt schon fertig angemischt. Also beim Vorgänger hatten wir ja noch zwei Tütchen, die man sich selber anmischen musste. Genau. Die kann man eine gewisse Zeit lang benutzen. Man sollte aber auch immer schauen, dass man dann gegebenenfalls eine Referenz dagegen hat. Also noch zusätzlich. Ich habe hier, ich habe ja, das kommt ja dadurch schon geschuldet. Wenn ich jedes Mal öffne, habe ich ja eine Verdunstung. Richtig. So, und dadurch verändert sich der pH-Wert letzten Endes. Ja, weil das Material bleibt drin. Das Wasser verdunstet, genau wie bei uns beim Aquarium. So, und dadurch kann eine Ungenauigkeit irgendwann entstehen. Also. Ich habe bisher jetzt diese Lösung hier benutzt. Die kann man bei einem großen Versandhandel bestellen. Kosten nicht die Welt. Genau. Das war für mich die Wegwerflösung. Also ich habe sie benutzt und anschließend entsorgt. Das ist für mich das Genaueste gewesen. Aber es geht auch, wenn man genau und sauber arbeitet, halt eine Zeit lang mit denen hier gut. Man muss halt dann immer jedes Mal die Sonne schön spülen. So Leute, wir haben dann jetzt schon mal ein bisschen aufgebaut hier. Und im Prinzip schon die Anschlüsse verbunden, das Gerät eingeschaltet. Ja. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist die Kappe von der Elektrode. Und eine Kleinigkeit. Hier bei der Wasserentnahme ist ja dieser Filter. Grundsätzlich sollte es so sein, dass dieser Filter unter Wasser sein soll. Und zwar vollständig. Jetzt hätte ich mir vom Refractory gewünscht, dass sie genau so eine Klammer hier mit dabei packen. Damit man das unter Wasser sauber gerade rein packt. Habe ich bei mir im Aquarium auch so gemacht. Ist leider nicht dabei. Kann man aber, das ist ein Pfennix-Kram, ohne Probleme so installieren. Ja, der kriegt ja von jedem eher einen Filter oder was. Ob das jetzt so eine große Klammer ist oder eine, die hier unten passt. Hauptsache, das Ganze sitzt gerade und senkrecht. Weil wenn der dann anschließend anzieht, habe ich gemerkt, ist es besser, wenn er tatsächlich gerade ist. Wenn er verdreht ist, dann kann das schon mal sein, dass er zwischendurch beim Befüllen Luft zieht. Dann haben wir nicht mehr die richtige Menge. Ich würde den aber auch im Technikbecken oder im Becken nicht bis auf den Boden setzen. Bis zum Platz lassen, damit er nicht irgendwie Schmodder anzieht. Genau, mittlerer Bereich, irgendwo da in einem Bereich, wo sauberes Wasser ist, ist bei mir jetzt im letzten Teil, habe ich den Ausgangsschlauch. Also hier könnte man jetzt auch noch einen Schlauch anschließen. Genug davon haben wir. Also wer das Ganze dann nur über einen Schlauch anschließen möchte. Aber würde ich nicht machen, weil dann hast du einen Schlauch unten im Technikbecken liegen. Habe ich ja auch so, aber auch noch so ein Stück über dem Boden. Ja, wenn er da drüber hängt, genau. Genau. Dann ist okay, ja. Also das wäre ein Tipp von mir, jetzt aus der Erfahrung vom KH-Keeper Mini her. Das so zu machen. Man kann es natürlich auch einfach nur so im Becken hängen lassen, wenn er befüllt ist, beziehungsweise wenn Wasser drin ist, dann geht das Ganze auch unter. Aber wir haben eben gemerkt, jetzt nur mal ganz doof, der schwimmt, wenn er leer ist. Und somit kann man das Ganze hier ein bisschen vorab greifen. Genau. Und wie man hier sieht, die Anschlüsse nochmal ganz kurz. Wir haben hier oben einmal das Aquarium. Das wäre dann hier dieser Schlauch mit dem Filter. Dann haben wir hier in der Mitte, da ist der Schlauch. Da haben wir dann das Abwasser. Im Grunde genommen. Und dann haben wir den anderen Schlauch. Der geht jetzt hier vorbei. Der ist der untere. Für die Reagenz. Ja, für die Reagenz. Die werden wir euch gleich zeigen. Dann bauen wir jetzt alles auf. Ja, ich würde mal sagen, dann legen wir los. Ja. Machen wir einfach mal alles rein. Du machst da auf der Seite, ich mach auf der Seite. Ich fummel das mal hier rein. Vielleicht hast du noch kurz ein Handtuch, damit ich mir die Hand abtrocknen kann. Ja. Einmal hier unten drunter. Vorsicht. Ja, ich halte das alles fest. Ja, nicht. Nicht, dass wir da was abreißen. Bitte schön. Kaputt drücken. Ja, nett. Dankeschön. So, die Verbindung zum Gerät habe ich auch schon hergestellt. Das blende ich euch auch direkt mal mit ein. Ist wieder das gleiche Spiel. Ihr müsst euch mit dem eigenen Netzwerk des Gerätes verbinden. Netzwerkname hierfür ist die Serienummer, die sich auf dem Karton befindet. Und anschließend einfach dann angeben, khkeeper.io. Und dann kommt ihr zu der Seite, die ihr jetzt seht. Dann wählt ihr die Sprache aus. Geht auf weiter. Legt euren khbereich fest, wie ihr es auch schon kennt. Und dann fragt ihr natürlich, habe ich jetzt nicht vorbereitet nach dem Netzwerk. Was ich jetzt hier... Vorführeffekt wieder. Genau, Vorführeffekt. Wir machen mal kurz einen kleinen Break. So, das hochgeheime WLAN-Passwort ist eingegeben. Dann machen wir dann mal weiter hier. Der versucht dann jetzt, die Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Häkchen ist dran. Wunderbar, hat funktioniert. Und jetzt will er sich natürlich einloggen. Da muss ich dann mal eben meinen Account-Daten eingeben. Das ist meine E-Mail-Adresse. Und das super geheime Passwort. Nein. Ist das gleiche wie der von deiner Kontonummer, ne? Ja, genau. Bankkarte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? So, wir wurden erfolgreich angemeldet. Und herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Ganze jetzt in das Konto integriert. Und können dann jetzt von hier aus wieder zurück wechseln. Ne? Nicht verbunden. Suchen. In mein normales Netzwerk herein. So, und dann können wir dann auch bei Refactory selber auf die Seite gehen. Später. Ich mache das Ganze hier über den Browser, weil ansonsten meine Videoaufnahme hier abbricht. Damit ihr seht, was ich hier von Mist die ganze Zeit baue. Ja, aber ist ja gut, dass du es mal kurz nochmal wieder zeitst. Was man machen muss, welche Eingaben. Ist ja jetzt auch nicht jeder so konform drin. So, und ihr seht jetzt im oberen Bereich, da ist der KH-Keeper. Ja, Weltklasse. Und jetzt kommen wir erstmal dazu, das Ganze hier einzurichten. Ja. Gehen wir eben kurz hin und entnehmen die Kappe von der Elektrode. Dann können wir nämlich das mit dem Kalibrieren schon mal anfangen. Genau. Ja, so, zack. Richtig. Die ist geschraubt, so wie es ausschaut. Die ist auch nur gesteckt. Auch nur gesteckt? Na ja, muss man mal ein bisschen dran fummeln. Vorsichtig, will sie ja nicht kaputt machen. Wehe dir. Okay, wir haben sie aber. Ja, jetzt kommt sie. Langsam. Das ist etwas fest drauf. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich mache lieber vorsichtig. So langsam runterdrehen. Das ist so ein Gummi-Teil. So, da haben wir sie schon. So, jetzt können wir sie vorsichtig wieder rein. Kalibrieren ist eine Sonne, machen wir als letztes. Wir fangen jetzt erstmal mit den Pumpen an. Und so, kommen wir zum Kalibrieren der Reagenzpumpen, beziehungsweise auch der Aquarienpumpe. Ganz normal. Erstmal müssen wir das Ganze natürlich befüllen. Und gehen hier unten auf System füllen. Genau, das kannst du ja schon mal machen. Ich packe schon mal die Reagenz aus. Hört ihr was? Nicht viel. Ich gehe mal was näher ran mit dem Mikro. Aber das Geräusch ist auch normal. Das ist ganz wenig. Das ist wirklich leise. Also wenn der Schrank zu ist, ich glaube, da hörst du nichts mehr. So, das System ist befüllt. Gut, genau. Dann das Gleiche mit der Reagenzpumpe. Damit wir die jetzt auch mal hören. Ist auch super leise. Also das war ja die lauteste Pumpe gewesen. Also das hat mich auch gestört ein bisschen, muss ich sagen. Also das fand ich... Und hier läuft es. Na, dann müssen wir nochmal. Und sobald dann oben was rauskommt... Jetzt kommt die Reagenz. Na, oder hast du? Nochmal. Ja, schon nicht ganz schön. Jetzt ist sie da. So ein bisschen Luft drin. Okay. Kommen wir zum Befüllen an sich, beziehungsweise kalibrieren. Wie gesagt, wir haben ja jetzt hier eine Feinwaage gekriegt. In der Mitte, an und aus. Dann können wir hier unten die Units wählen. Hier nehmen wir Gramm. Können das Licht an und aus machen. Und die Tare-Taste ist ganz wichtig. Die brauchen wir gleich. Darauf müssen wir dann hingehen und das Glas dann dementsprechend auf Null setzen. So sieht das aus. So, jetzt holen wir erstmal hier alles raus. Weil wir brauchen erstmal das Glas. Und das Glas muss auch dementsprechend leer sein. Damit wir einen kompletten Nullwert haben. Na, komm. So, blende ich euch auch nochmal eben kurz ein kleines Video dann zu ein, wie das hier geht. Also an. Das Ganze steht jetzt auf Null. Das Glas ist komplett trocken. Jetzt gehe ich wieder hin. Setze es an die entsprechende Stelle ein. Na. Reagenz brauchen wir im Moment noch nicht. Dann gehen wir auf die Aquarienpumpe. Und kalibrieren. 60 Sekunden läuft das Ganze dann mit Wasser. Und das Wasser, was dann dementsprechend drin ist, wird abgewogen und anschließend gleich eingeblendet. Und machen wir einen kurzen Zeitsprung. So. Ihr seht. 60 Sekunden lang hat er jetzt Wasser hier reingebracht. Das packe ich jetzt hier drauf. Ich habe jetzt 17,38 oder 17,37. Und die gebe ich jetzt genauso immer, wenn ich es richtig eingeben würde. Ja, 17,37. Dann gehe ich auf OK. Und dann sollte das Gerät eigentlich kalibriert sein. Ja. So. Jetzt gehen wir hin und überprüfen die Genauigkeit. Wo habe ich mein Läppchen? Wichtig ist, das Glas immer wieder komplett trocken machen, ausspülen. Einmal gucken, ob es tatsächlich auch auf Null ist. Und anschließend geht er mal hin, weil das Ding hier hat einen 30 Sekunden Delay. Danach schaltet es sich ab. Ja, haben wir gerade auch festgestellt. Haben wir gerade festgestellt. Haben wir ein bisschen blöd geguckt, ne? Dann geht er einfach hin, packt was drauf oder tippt alle paar Sekunden drauf, damit diese Einstellung, dass ihr die behaltet, damit ihr auch vernünftig messen könnt. Jetzt machen wir Prüfen der Genauigkeit. So, kommen wir jetzt zum Überprüfen, ob das Gerät auch richtig kalibriert hat. Ja. Und uns ist eben eine Kleinigkeit aufgefallen. Diese Feinwaage hat eine Selbstabschaltung nach 30 Sekunden. Die haben wir bisher geguckt. Kann man nicht abschalten. Heißt im Umkehrschluss, ihr müsst euch das Ergebnis errechnen. Dafür nehmt ihr euch euer Glas, stellt es drauf, lasst das Ganze dann einmal wiegen, bis es auf 0 steht. Nehmt das Glas runter und dann habt ihr hier die entsprechende Zahl stehen. 48,26. Ja, einfach aufschreiben. 48,26 aufschreiben, weil das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden aus und das Gewicht vom Glas, das müsst ihr dann anschließend von der Gesamtmenge abziehen. So, gehen wir jetzt hin und überprüfen die Genauigkeit und dann machen wir wieder einen Zeitsprung. Aquarienpumpe, prüfen der Genauigkeit. 60 Sekunden, 50 Milliliter werden jetzt reingepumpt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Zeitsprung um. 50 Milliliter sollten drin sein. Einmal wieder ein Röhrchen nach oben. Also, das haben sie schön gemacht. Optisch sieht das schon mal gut aus. So, dann das Ganze wieder an. Und wir haben 99,10. Gut, und ich rechne das nochmal aus. Bitteschön. Dankeschön. Ja, ja. So, dann machen wir 48,2. Ne, muss ich andersrum, ich Idiot. Ich bereite schon mal jetzt das Kalibrieren der Reagenzpumpe vor und wir machen das gleiche Spiel wie vorher hier auch. Das Gewicht haben wir und wir gehen zurück, Reagenzpumpe und prüfen der Genauigkeit. Nein, Kalibrierung, Einleitung, so war es. Und wir starten die Kalibrierung. So, wir haben 50,84, das heißt, wir liegen 0,34 drüber über der Toleranz, das heißt, wir müssen nochmal kalibrieren. Das ist aber, bei neuen Pumpen ist das erstmal normal, da müssen mehrere Kalibrierungen laufen, die müssen sich auch erstmal einlaufen, die Geräte. Also, direkt bei der ersten Kalibrierung wird es nicht hundertprozentig sein. Kann ja ein bisschen Luft noch in der Pumpe selber sein, was noch rausgedruckt werden muss und im Schlauch kann das noch sein, der noch ein bisschen was drin hat. Ja, das ist ja eine Luftblase, ist halt ja nur. Ja. Na, hier steht jetzt nicht, wie viel die jetzt da rausdrückt. So, da haben wir jetzt hier 51,31. Danke schön. So, gleiches Spiel nochmal von vorne. Machen wir Kuli. Da kommen dann die 3,05. So, und jetzt prüfen wir die Genauigkeit. Gleiches Spiel wie eben auch. Und der macht jetzt 5 Milliliter rein und wir sehen uns gleich wieder. So, Zeitsprung ist um. 5 Milliliter sind drin. Gleiches Spiel wie gerade eben auch. Jetzt haben wir 53,3. Einmal wieder für dich. Danke. Und dann schauen wir mal, ob das soweit passt. Ich überprüfe nochmal das Gewicht. Empty. 48,25. Was habe ich da geschrieben? 2,6. Ja. Also, 0,01. So, dann haben wir die 5,04. Braucht ihr nicht aufschreiben, ne? 5,04. Passt soweit. Wir sind im Bereich. Näher dran wäre es natürlich schöner, aber das Gerät wird jetzt noch mehrmals kalibriert im Laufe des Gebrauchs und dann werden auch die entsprechenden Differenzen runter auf Null gesetzt. Genau. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Kalibrieren der Sonde. Dafür haben wir einmal die Flüssigkeiten und einmal Osmosowasser. Genau, das Schnapsgläschen hier. Ist im Endeffekt dafür da, um dann anschließend die Lösung immer nochmal abzuspülen. Genau. Läuft im Prinzip jetzt so ab. Ich mache mal wieder das Video an, damit ihr auch was seht, was ich hier tue. So, wir können uns jetzt im Prinzip aussuchen, welche Kalibrierung wir einleiten. Wir nehmen jetzt erstmal mit der 4 an. Genau, die Kleine. Jetzt tun wir die Kleine daneben, das heißt einmal aufmachen. Die Sonde rein. Dann sagen wir OK. Und dann läuft jetzt hier ein 5-Minuten-Timer, in der ihr die Sonde jetzt einmisst. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis später. So, Zeitsprung um. 5 Minuten vorbei. Das Gerät zeigt mir an, ist OK. Jetzt können wir im Prinzip nochmal hingehen und schauen, was jetzt angezeigt wird. Also sprich, prüfen der Genauigkeit. Und da können wir dann dementsprechend entweder die PH7 oder die PH4. Jetzt nehmen wir natürlich erstmal die PH4, lesen des PHs. Und der zeigt mir oben links in der Ecke an. Im Moment natürlich jetzt eine 4,0. Gut. Soll es sein, ne? Dann. Dann raus. Warte deines Amtes. Ich bin der Verwalter. Den direkt wieder zumachen. Mit dem Schalter. Einmal ein bisschen durchschütteln, dass unten alles raus ist. Kurz nochmal so ein bisschen dran. Dann gut abtupfen. Einmal reinpusten, dass aus der Ritze alles raus ist. Und dann noch. Und schwuppdiwupp. Ab in die. Genau. So ist besser. So. Kalibrierung einleiten. Und wieder 5 Minuten. Bis gleich. So. Jetzt haben wir die Grundvoraussetzungen hergestellt. Was noch ganz wichtig war. Hier in diesem Tülchen war ja noch der Rührfisch. Der da unten jetzt drin ist. Den dürft ihr nicht vergessen. Ohne den kriegt er falsch. Ja. Kriegt er falsch Messung. Und wir sollten natürlich auch überprüfen, ob das da unten noch vernünftig funktioniert. Dazu gehe ich dann in das Messmenü hier. Also unter Einstellungen. Messung. Und da kann ich dann, wo habe ich einen Mischergeschwindigkeit oder Mischgeschwindigkeit einstellen. Wenn ich da jetzt mal auf schnell gehe. Und auf okay. Dann fängt er da an zu drehen. Das könnt ihr, somit könnt ihr überprüfen, ob das Ganze funktioniert. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn sich irgendwo was abgesetzt hat, dass er gerade mit dieser extremen Rührgeschwindigkeit auch so ein kleines bisschen Rückstände abmacht. Also darüber könnt ihr das dementsprechend auch einstellen. Ich stelle es mal wieder runter auf Mittel. Und da das gleiche Spiel. Gut. Wir haben ja jetzt im Prinzip soweit alles eingestellt. Und ich denke mal, wir fangen jetzt mal an, die Messung einzuleiten. Und lassen dann mal den Zeitraffer mitlaufen. Damit ihr seht, was das Gerät zwischendurch alles macht. Und danach dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020